Ich bin jetzt das zehnte Jahr da. Ich habe angefangen als Hilfsarbeiter. Nach sechs Jahren habe ich den Posten als Anrunde Technik übernommen. Ich kümmere mich um die ganzen Maschinen bei unseren Abteilungen. Ich optimiere sie, kümmere mich um die Ersatzteile, arbeite mit den Kunden zusammen, schaue, dass die Qualität passt und bin den Maschinen bei denen überstellt. Ich mache Schulungen. Es ist ein super Arbeitsklima. Man trifft in der Firma die Leute mit denen man bewahrt hat. Gerade unser Team des Bierkästen Ford, da warten die mehreren E-Trennen. Wir haben Ideen von der Firma mit heimgenommen, zum Beispiel die Reifen von den Schrottcontainern. Die haben perfekt gepasst für uns. Dadurch, dass wir in der Firma arbeiten, haben wir natürlich auch Zugang zu gewissen Sachen, die andere nicht haben. Wir haben zum Beispiel die Grundplatten und Drehteile bei uns machen können. Es ist sicher ein Grund, dass wir bei den Rennen da vorne dabei sind, weil das natürlich alles professionell gemacht ist. Bis zum nächsten Mal. Wir haben Main... Untertitelung des ZDF, 2020